christian ja ich bin da ok ok sind alle weg bislang läuft es gut brauchen wir auch unser geschütz nicht hier in der ecke ist doch was in einem anderen raum in einem anderen raum sieht aus wie in der schule die nahrungsmittel konserve diesen also hast du schon mal benutzt also ich ab und zu am anfang aber jetzt seit lange nicht mehr die geben ja auch noch mal so ein booster weißt du habe ich jetzt gar nicht noch nie benutzt eigentlich nein warte mal ich guck mal grad du kannst ja rechte rechte steuerkreuz und dann irgendeines aussuchen ja wasser oder konservendose oder guck mal das sind auch munition so ein brand munition wir haben eigentlich da sehr viele sachen alles unser vorteil benutzt gleich mal ein so dann geht es weiter nach vorne hier drin ist was ja er hat mich schon gesehen scheiße ja da komme er achten da kommt einer ja ich wollte ein wasser trinken das was ich dir gesagt habe mache ich jetzt auch es ist ja nicht scheiße aufs wasser jetzt du musst mir helfen ist er weg alles klar jetzt kommen noch mal zwei alles klar da kommen noch mehr normalerweise ja da hätten ist noch einer ok ich habe ich müsste ich müsste meine stellung oder ja schulter umtauschen aber ging da rein okay noch mal höher fahrstuhl kommst mit oder soll ich ohne dich immer so schnell ich habe hier noch einmal hier gerade noch ein bisschen ja bei mir ich sehe vom von von der ferne schon da steht voll und rot da laufe ich erst gar nicht rein das siehst du erst wenn ich es geöffnet habe sicher nein das muss ich nächstes mal mal gucken ob das stimmt ja wer nicht dann gibt aber hallo aber hallo naja das ist eigentlich mal aus mit pausen ja krieg ich vor dem chef war meine pause oder geht sie immer nur weiter weiter keine pause du sollst die welt retten was für eine pause hier hätten es noch mal was du bist natürlich vorgelaufen die laufen schon hier durch ja wie kann ich dir dann anwählen verdammt was machst du jetzt wie kann ich die jetzt jetzt habe ich okay okay ich habe die die brand munition oder wie das von hinten kommen die pass auf von hinten das ist schon schlaue gegner oder ich komme ich komme guck mal der brennt siehst du das ja und das hatten wir die ganze zeit und wir nutzen das nicht du hast bestimmt auch so was ich kann dir gar nichts machen ich kann dir gar nicht helfen weil der ist schon weg so weiter geht's erster hilfe set das kommt doch mal gut hier woher von wo kommen die jetzt wieder ich habe ja keine gegner kann ich nix nehmen okay kommen wir weiter vor also kommen mit ich bin ja schon vorne achso ich sehe dich auch okay ah hinter dir guck mal hier rein christian alles klar bei dir aber gar nicht gut gar nicht gut gar nicht gut wir sind viel zu viele warte mal ja 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 ich sehe gerade auch nichts warte mal ich habe ein geschütz aufgestellt alles klar arbeitet dein geschütz schein zu ja weiß es nicht alter schwede was war das der ist zwei meter weiter weg geflogen der ist zwei meter weit weg geflogen jetzt kommen aber viele glaube ich wenn es eng wert stelle ich auch noch mal was auf noch geht's okay jetzt sind die geblendet schießt mal schnell immer diese munitionsladen okay komm her ihr pussys kommt her schilili blöder wichser das war's nix war's da kommt noch einer ja da ist noch einer lila ich wollte einen auf he-man machen aber ich gehe lieber zurück wow 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 du musst mich retten du musst mich wiederbeleben scheiße bist du ich bin raus gelaufen komm zu mir nein da sind zu viele komm du her oder was ja ja okay ich komme zu dir jetzt warte ich jetzt 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 okay danke da kommt schon einer da kommt schon einer das gibt's doch nicht alter schwede was ist das für einer christian pass auf das knallt da vorne gleich oh scheiße das war ja eine blendgranate ja schieß weiter schieß weiter der kommt zu mir schieß weiter schieß weiter okay das war gut nein ich muss mal die granaten ändern ich habe eine scheiß blendgranate die ganze zeit nein warte mal das ist falsch obwohl oh man hat richtig gehört warte mal äh 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 da splittergranaten die brauche ich ich bin fuck ich bin fuck oh nein komm zu dir warte ja 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 dann komm mal her komm her komm her du bleib stehen bleib stehen bist du wieder da bin wieder da ich glaube der hat ein geschütz aufgestellt oder weiß es nicht dann stellen wir auch mal eins auf würde ich sagen ich muss mich erst mal in position bringen ich stehe achso du bist ja schon da warte mal warte mal warte mal wo stelle ich es auf dem besten hin scheiße Alter das ist kein geschütz das ist er selber was ist das für ein psycho komm aber nicht an den ran warte schmeißt man eine granate wenn ich hinkomme ja komm mal her du mein geschütz wartet schon auf dich wie kann man ihn denn her lenken das gibt es doch nicht so vielleicht ok mein geschütz hat es nicht ausgehalten boah der geht grad voll auf mich ab bleib mal da bleib mal da ich gehe von hinten jetzt schießt du von da wir haben ihn in der mitte ja ich kann ihn nicht mehr angreifen von hier ich komme nicht an den rand warte mal ich muss hier raus wow 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 Alter das hat mich sogar mitgenommen die granate von mir hat hat mich sogar mitgenommen ey bleib da bleib da ich glaube falls ich es nicht schaffe musst du mich wiederbeleben aber normalerweise ist er gleich fertig nein ich lass es mal lieber vielleicht brauche ich es später noch sauber sauber schön zusammengearbeitet ey boah hätte ich früher machen sollen dahin gehen na egal wir haben es geschafft aber es geht noch weiter es geht noch weiter boah wo bin ich denn hier drin ey alles Hightech ich kann auch nichts einsammeln die haben nichts fallen lassen ne so gut wie nichts zwei drei Sachen habe ich aber Munition kannst du hier nochmal aufladen so ich würde sagen die Party beginnt jetzt erst was macht denn unsere Zeit Zeit haben wir genug Zeit haben wir genug äh ja Achtung Agent wir haben ein Echo in ihrer Nähe Echo? ich will kein Echo oh 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 ok hier 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 müssen wir ja scheiße ich bin da oah wo ist denn das jetzt? da unten ist ein Agent der 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 Dings hier ist der irgendwie tot ist oder ist der nur ne der ist tot ach so ja jetzt können wir auch sehen warum und wie du hattest eine Chance für mich zu arbeiten und hast beschlossen mir in den Rücken zu fallen um Himmels Willen das müssen sie nicht tun sie brauchen Hilfe sie sind verrückt das sind alles Division Agents ja ich würde sagen du bist verrückt ich ich fühle mich eigentlich ganz vernünftig Moment ich hab da noch was zu erledigen ich bin sofort da ich dachte da schießt einer das kann nicht sein Division Agenten als Verräter die sich gegenseitig umbringen das nein das gibt's nicht ja unvorstellbar ne die Shade Tag die das Echo erzeugt wurde gehackt die Identität des Agenten ist unleserlich wenn es bei ihnen einen Sicherheitsraum gibt kommen wir vielleicht an sie heran wenn sie die Überwachungsvideos nicht gelöscht haben und ich sie hochladen kann auf Himmels Willen das müssen sie nicht tun sie brauchen Hilfe sie sind vor uns also gut was sollen wir jetzt machen da wieder rein nein nein ich wollte nur kurz schauen wie das aussieht normal das Bild wollte ich auch aber wir müssen wieder hier her guck mal nein Echo aktivieren das will ich nicht nein das will ich nicht oje oje also gut äh hier unten lang Christian oder ja ah hier geht's ja 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 ich dachte schon hä aber irgendwas läuft schief weil auf das Sicherheitssystem zugreifen ach das machst du gerade ok guck mal hier jetzt können wir hier reingucken Sicherheitsdaten herunter Warnung keine Neustartzone was ja also wenn du hier kaputt gehst hast du keine Chance mehr guck mal da hinten da draußen sind sehr viele du bist glaube ich an einer nicht guten Stelle jetzt ich sehe dass Agenten der ersten Welle in ihrer Nähe sind aber sie reagieren nicht auf meine Rufe das gefällt mir nicht hm ok wow die haben gesprengt die Wichser ok die sind geblendet schießt mit alles was du hast ich kann von hier nicht viel machen ja das ist echt boah das geht grad richtig ab ey äh schick mal ein Geschütze raus sofort warte noch warte noch warte noch wenn die kommen jetzt vielleicht ja ok sauber Geschütze nimm die da draußen komm ja sauber sauber ey das Geschütze hat mir viel geholfen oh fickt euch doch mein ich hab oh ich hab gar keine ich hab gar keine erste Hilfe mehr ich muss erstmal äh bisschen ausruhen alles rot vor den Augen ach komm schon je oje oje Brandgranat hab ich noch ähm Wasser? haha hörst du wieder jammert? naja ich seh schon wie du alle platt machst hier ja gleich gibt's ne Brandgranate boah grad ist abgehauen wer hat denn auf mich geschossen jetzt verdammt nochmal ach da oben ist einer mit ner Sniper pass auf boah ich denk schon sauber noch ein Schuss komm der ist gleich der oder die ist gleich weg boah das war knapp jetzt kommen alle da kommt ein ganz starker pass auf ja ich ich schmeiß mal nochmal ne Brand äh Brandgranate rein scheiße oah ich bin tot ich bin tot scheiße scheiße ich bin ganz weg geh mal weg geh mal zurück ja lauf mal lieber zurück ich komm gleich ha 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 ok 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 die 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 Gegner sind nicht schwer das schwierige war jetzt dass die auf einmal zu viel kam oh ne ok ich geh jetzt schon mal hoch das war ja von oben eigentlich gut du könntest eigentlich auch schon gleich hoch weiß ich nicht ja komm mit den hoch ok jetzt geht's ab boah hab ich den weggesprengt ey ja das blendet mich draußen ich sehe überhaupt nichts bei dir auch ja ja fuck 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 irgendeiner muss oben bleiben und ein anderer muss runter ich sehe soll ich runter ja wenn du willst kannst du oben bleiben wenn du deinen Sniper hast ja mit dem Sniper komm ich da obwohl ich kann da unten raus ja gut dann geh du runter auf dann kannst du mit ein zwei Schüssen die fertig machen weißt du ja los geht's jetzt kommen die rein oder ich hab irgendwas mit los geht's gehört boah das blendet alles scheiße gemacht he das ist richtig scheiße gemacht aber so viele sind das gar nicht mehr wo da kommen oder irgendwie nicht ne ich komm jetzt auch runter warte jetzt wo du sagst komm oh jetzt wo du sagst kommen viele boah bist der immer noch da oje 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 alles klar nicht mehr lange da hab ich Level 17 ich sehe gar nicht ob da einer mit einer Sniper ist oben normalerweise war da auch immer einer da schießt du mit auf ihn ich bin dabei jetzt aber ich sehe nichts wenn du länger raus zielst dann siehst du besser dann ist die Gefahr dass du getroffen wirst okay jetzt müssen die Starken kommen jetzt kommen die ganz stark da ist der eine mit der Sniper hochgelaufen überhaupt auf den gehe ich jetzt mal aber ich sehe ihn nicht äh ich könnte ihn eigentlich richtig gut erwischen wenn er sich mal zeigen würde guck mal da kommt Hubschrauber guck mal Hubschrauber kommt die werden mit dem Hubschrauber abgesetzt echt oh fuck ey ja jetzt jetzt Christian geh wieder hoch mit deiner Sniper meinst du ja ja das sind drei stück drei mit richtig fetten Balken die von vorhin glaube ich auch ich glaube ich komme auch gleich es gibt's doch nicht er kommt hier runter der ist ihnen drin gell ja der ist nicht so schwer die anderen kommen jetzt ja die die jetzt kommen die sind schwer da kommt der nächste ja ich komme zu dir alles klar jetzt müssen wir aufpassen dass sie nicht von hinten kommen nach oben haben die wieder ein scheiß Geschütz aufgestellt ey bleib du mal an der Tür stehen zur Sicherheit ja ich gucke du kannst ja irgendwie auch durch die Mauern gucken ob der hoch läuft oder nicht seine Energiebalken siehst du ja genau unter dir guck mal ja mal schauen was er macht wenn ich eine Granate auf ihn schmeiße so jetzt müsstest du ihn sehen jetzt mit alles also gar nichts abgesch- gar nichts abgezogen haben wir den boah ey aaaaah ey leck mich am Arsch leck mich am Arsch ich pack genau einen Koffer zwischen uns bleib stehen du wirst geheilt ich kann hier oben gar nichts machen weißt du das ich bin hier total weg kannst du da oben schießen ich muss mit der anderen Waffe machen das geht nicht so Apropos andere Waffe ich guck mal ob ich eine starke Sniper habe die weil immer irgendeiner von denen schießt das ist scheiße was war das jetzt das war unser Koffer einer ist weg nimmst du den rechten und ich nehme den linken aber ja aber das dauert richtig lange bis der ladet scheiße boah ich nehme den rechten auf jeden Fall ich bin fast platt ne kannst du das mal ein Gerät aufstellen warte ich habe keinen mehr scheiße ich habe noch noch eins aber ich wollte halt sparen ahhh Mann 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 da ist wieder der Scarecrow ne der dich fertig macht da Jaja dann bin ich grad dann bin ich grad da bis zum letzten Mann Arschlöcher ja mal aufzuschießen auf ihn lass ihn mal kurz ja hat keinen Sinn mit der Waffe der ist so schnell der Typ ja ja es hat auch keinen Sinn mit der Waffe gerade hier äh 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 mhm das gibt's nicht das gibt's nicht die hatte ich ja vorher guck mal ich zieh den Punkt der ab ohne Ende aber da tut sich nix an der Rüstung das ist krass oder ja die hätte ich vielleicht noch Schaden mit hoher Schaden hätte ich da noch eine boah boah von wo schießt denn der jetzt ey aus der Hüfte trifft er mich perfekt das ist ja auch so ein Scheiß ey Mann also einer von uns muss runter das geht so nicht weiter äh bleib du mal da mit deiner starken Waffe ja ich schau mal was ich machen kann Passiert schon was? Haben die gesehen dass ich runter komme? Ich weiß es nicht aber ich kann auf jeden Fall besser schießen jetzt Oh Oh hier ist ja auch einer hier unten ist ja auch einer Oh da war auch noch einer ich bin komplett weg ich muss warten bis du mich wieder belebst da hat sich einer noch drinnen versteckt Christian glaubst du das? genau unter dir der guckt hoch ja ich muss jetzt erstmal zu dir kommen äh genau der ist genau bei mir ne pass auf ja wo bist du ungefähr? äh genau vor der Tür ja genau jetzt musst du mich sehen komm weiter komm weiter komm weiter rein ja komm komm ich sag Bescheid wenn einer kommt der steht genau äh am Eingang also wenn du zu mir kommst jetzt sind schon zwei die an die Säule vielleicht Achtung 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 ja ich hab dich hinter der Wand hab ich das gemacht okay es platzt gleich hier alter alter jetzt kommen auf einmal sehr viele jetzt kommen auf einmal sehr viele noch mehr das sind jetzt drei der eine hat sich die ganze Zeit versteckt alter was für eine Missgeburt wo sind die? sind die schon drin? der eine ist drin boah alter was macht denn der da? guck mal wo der steht so jetzt ist nur noch Scarecrow da jetzt ist nur noch Scarecrow da das ist gut ne das ist noch einer echt jetzt? da kommt noch einer ja kommt da rein? da kommt noch einer ja da kommt noch einer äh ist auf dem Weg ja dann bleib du mal oben ich find der Weg jetzt hast du ihn weg gemacht ja hab ich gesehen ja hab ich gesehen sag mal wie wie können die immer ihre scheiß die Granaten hier reinschmeißen wie geht das? da sind zwei da ist noch einer mit in der Dings hier Sniper King Kong ist nix gegen mich ey so die ist weg alter ich schieß mit allem was ich hab okay Christian den machen wir schnell weg seine Panzerung ist gleich weg okay du kannst runter kommen eigentlich ja ich bleib hier oben jetzt äh oder doch bleibt mal da oben weil er ist beschäftigt mit dir und ich mach ihn gleich weg okay fertig alter boah ich hab noch sechs Schuss Munition seien sie von nun an besonders vorsichtig ich glaube sie haben einiges an Aufmerksamkeit erregt dann lade mal hier unten auf du kannst hier unten aufladen guck mal ja ich komme ja deine Sniper ist nicht schlecht ja wow eine M eine blaue M4 Polizei Version hat er fallen lassen ja muss ich nachher mal anschauen die M4s sind immer geil eigentlich da oben ist noch was wie komm ich da hin das war doch mal eine Mission oder war nicht schlecht die hat es in sich also gut dann müssen wir uns auf jeden Fall schon verabschieden äh an die Leute die es bis hierhin angeschaut haben bedanke ich mich vielen Dank äh ich hoffe ihr seid das nächste Mal wieder dabei äh Scarecrow ist auf jeden Fall am Arsch und wir gehen jetzt erstmal einen trinken oder Christian oder zwei trinken äh also ich brauche erstmal einen Jacky also ähm ja machs gut liebe Gaming Freunde und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao